Heyo und herzlich willkommen zur zweiten Runde 60 Duelle mit Kelso da drüben. Wir stehen vor dem 18. Loch, wollte ich sagen, vor der 18. Runde. Und hier heißt es, finde den richtigen Code. Gut, ich denke... Was das zu bedeuten hat. Oh, warte mal, guck mal da oben. Ja, genau in die Richtung. Siehst du was da oben? Ja, ich seh's. Was ist das? Bist du da nicht gespawnt? Da oben? Nee, glaube nicht. Egal. Okay, dann finden wir mal den richtigen Code. Auf geht's. Jetzt erst mal wieder richtig reinkommen. Nein. Oh Gott, hier ist noch eine Tür. Tür, okay. Grün. Blau. Das war's nicht. Aha. Ach, was? Hey, was muss man denn hier machen? Hier ist eine Farbkombination. Oh Mann, was ist denn das? Hey? Verarschen. Wir sehen, wie gerade irgendwas? Ist das doof, Mann. Was ist was zum Teufel? Warte mal, hier unten sind Schilder, ne? Ja, die sagen dir nur, du sollst... Ah, nee, das ist nur die Pfeile. Ah, jetzt hab ich Zeit verloren. Genau, du sollst nur zurück. Haben wir denn dieselben Codes? Stimmt, ja. Äh. Okay. Ach, lol. Dein Ernst? Wo bist du? Auf meinem ersten. Ey, wie lange soll denn das gehen? Ist voll gut. Hast du den ersten schon überwunden? Ja, und ich bin so blöd und hab grad vergessen, dass ich ihn nicht gedrückt hab. Oh, und ich häng hier grad in der Tür. So. Hä? Und, hä? Alter, was ist denn sein Problem? Oh, ich bin gedrückt. Ah, Mann, bin ich dumm. Ich bin grad aber auch nicht im richtigen Code. So, was war jetzt? Oh, okay. So. Okay. Ach, Mann. Ah, ich dachte, das wär ne neue Farbe. Aber nein. Was zum Teufel. So. Da. Ach so. Okay. Gedrückt, warte mal. Da war das so. Aha, aha. Aha. Oh, Mann. Nein. Was hab ich vergessen? Ich hab echt vergessen, was ich gedrückt hab. So, ich bin so hohl. So, warte, warte. Warte mal. Da war das. Nein, der war's nicht. So, aber das. Hier war das. Hier war der. Hier war der. Und hier hab ich... Ah. So. So, ich hab nämlich schon wieder vergessen, was ich gedrückt hab. Ey, was bist du da so weit vorne? Hör auf. Ich hab den mal aufgemacht. Mann, ich war auch vom Letzt. Ich hätte nur den richtigen wählen müssen. Welcher war der Letzte? Welche Farbe? Äh. Warte, ich geh mal eben zurück. Äh. War das weiß oder blau? Ne, weiß nicht. Blau auch nicht. War's dann lila? Ja, lila war's. Blau hab ich gewählt. So, du kannst deine Diamanten wieder wegpacken. Jo. Mach da mal, mach das, dass wir kurz schlafen können. Und, haja, Bubu. So, hier seht ihr mal eben meine ganzen Chatnachrichten. Ich musste gerade eben nämlich mal kurz gucken, dass wir da Tag eingestellt hatten. So. So, nach oben. Ab nach oben. Na dann? Na dann, klingt ja relativ simpel. Bestimmt Wasser hochschwimmen. Würde ich so sehen, ja. Okay. Ja, bis jetzt noch nicht so schwer. Wir sind ungefähr gleich schnell. Hallo? Bist du so viel schneller? Bist du schneller? Oh nein. Du bist nicht runtergefallen. Ach, lol, doch. Hier geht's runter. Und. Meine Diamanten. Mann, weil ich einmal runtergefallen bin. Scheiße. So. Ach, Mann. Hier geht's durch einen goldenen Gang. Nein, in einen goldenen Raum. Suche die 35. Suche die 35. Suche die 35, du Diamanten. What? Ich will ja nichts sagen, aber ich hab meinen ersten Stack Diamanten voll. Was? Ernst? Ja, Mann. Okay, komm. Okay, komm. 35 Diamanten. Damit holst du locker auf. Und los. What? Noll. Wie viele hast du schon gefunden? Ja, zu wenig, um ehrlich zu sein. Ich bin grad auch voll konzentriert und kann nicht reden, ey. Mega böse. Ah, Mann. Hast du hier hinten schon alles abgeklappert? Kann's sein, dass du 15 Stück hast? Ja. Ja, okay, ich hab 20. Okay, scheiße. Das waren die Duelle. 1 bis 20. Hier gab's 130 Diamanten. Ich habe 84. Ich habe 45. Oh mein Gott. Warte, ich zerklopfe hier kurz die Diamantenblöcke, dann hab ich genug. Oh ja. Alter, guck dir den Boden an. Loll. Hast direkt gewonnen. Aber warte mal, den kannst du gar nicht abbauen so. Der geht ja nur kaputt. Das dauert ewig. Komm, komm. Zurück zur Levelauswahl. Blup. Ey, ich wollte auch draufdrücken. Ah, hier. Was? Wo sind wir? Wo sind wir? Ah, alles klar. Ausgang, Duelle, Einzeln. Okay, hier geht's zu 21 bis 40. Eruft alles, was ihr habt, hier runter. Ich ess den. Essen und Rüstung dürft ihr behalten. Ich ess. Was? Diamanten, Essen und Rüstung dürft ihr behalten. Moment, hab ich meinen gegessen. Du auch? Ja. Wahrscheinlich brauchen wir den gleich oder könnten wir gebrauchen. Play 1. 6 Diamanten. Wo ist der Schalter? Wann darf abgebaut werden? Hier stehen bis die Kiste... Ja, kenn ich ja. Ach, hier ist die Rüstung drin. Ah, sehr schön. Ich nehm mir die mal mit. Als Ersatzrüstung. Wollen wir hier schlafen? Kannst du eine Nacht machen? Äh, ja. Player 2 darf immer einstellen. So, 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 so. Und draufstehen. Und go, go. Und los, los, los. Und go, go, go. Ich hoffe, ich kann ihn abbauen. Ich hoffe. Ich auch. Hey. Hey. Du hast deinen schon? Es gibt keinen Schalter, Scansy. Es gibt nur einen Stick und Dingens. Ach, da vorne ist eins drunter. Und da gab es den Stick und davon hätte ich einen Lärm. Ja, okay. Ja, das habe ich gefunden. Ich habe es mir gedacht, dass ich das machen muss. Aber, ja. Gut. Ey, jetzt hast du sechs Diamanten direkt bekommen. Ja, und Spaß mit Tieren. Spaß mit Tieren. Das hört sich pervers an. Und los geht's. Was zu essen. Füttern verboten. Hier sollst du stehen. Auf die Platten soll mir ein Schwein stehen. Ein Schaf stehen. Und hier ein Schwein. Und hier sollst du stehen. Okay, habe ich verstanden. Kommt. Aber man darf nichts abbauen. Ja. Und hier ist derということで. Okay. Hallo. Komm. Jetzt kommt doch her, du blödes Vieh. Ich hab ein Steak in Hand. Lass mich in Aurora. Die Gemeinschaft will nicht. Er weigert sich. Oh, jetzt hab ich's gefüttert. Ich hab auch aus Versehen eins gefüttert, aber kein zweites. Peter. Ich hab mal aufgemacht, ne? Du bist mir zu langsam. Ja, ich wär jetzt auch fertig. Böder Hund. Wasserwinde. Vier Diamanten. Okay. Schwupp. Und go. Ach so. Ei, was ist das denn? Du bist ja viel weiter wie ich. Versuch mich hier einfach mal durchzuwurscheln. Einer hab ich. Ich hab's gemerkt. Ah ne, ich hab nur sechs. Hä? Oder hab ich doch alle. Ja doch, kann sein, dass ich alle bekommen hab. Oh, einheit. 24. Ich finde die richtigen, drei richtigen Druckplatten. Die drei richtigen Druckplatten. Okay. Da bin ich ja ziemlich gut drin. Ich hab was gehört. Ich hab vergessen, weil ich dich schon gedrückt hab. Ich hör hier gar keinen Unterschied. Du hör hier gar keinen Unterschied. Du hörst irgendwo was schieben. Ach, hier ist ja alles voll. Äh. Ich hab verpeilt welche ich gedrückt hab. Hast du schon was? Weiß es nicht. Ja, irgendwas hat sich da... Ach, hier oben ist ja auch alles voll. Das ist so eine nächste Tür. Glick, 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 glick. Du, 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 du. Hast du schon geschafft? Ja, deine Tür sind aber auch grad offen. Ich glaub, du bist auch durch, ne? Ja. Ja, ja. Mal, wie viele gab's? Geschafft. Äh. Sechs. das ist viel das zimmer was auch immer das heißen sei ok gehen wir mal rein musikdisk ist jetzt musik angemacht was soll ich mit fleisch braucht man das er hätte ich das nicht rausnehmen sollen buch ich hab ein bild von der wand geholt ich glaube das darfst du nicht das ist aber gemein ja du bist durch den kamin hoch ok das ist cool ich hab aber auch zuders mitgenommen fleisch mitgenommen äpfel einfach alles eingepackt der mauerlauf mag jemand die musik ausmachen bitte scheiße nervt halt ich bau einfach wollen ab und das haus kaputt ich bin schon bei dir wo hast du es reingesteckt weite von links von rechts meine ich da ja die in der mitte weite von rechts komm raus so weg damit so ja der mauerlauf ready sit go so ich bin runtergefallen das ist gut muss ich dann komplett zurück weiß nicht ok nicht komplett ist egal ich hab's schon geschafft es ist nacht ein eisenschwert na warte erst schlafen tötet alle kühe wo sind wir denn hier farmerama oder was muss man dabei töten später ja nein ich meine farmerama 5 diamanten ok looten kühe jetzt diamanten oder was so gucken wir mal oh oh god da oben hihihi hey tötest du denn bitte kühe oder du musst springen dass du krittest springen dass du krittest ja was ich tu mal den kram weg den ich hier gesammelt hab du kannst hier neue rüstungen bauen ja bau dir mal ne neue rüstung ne leder rüstung so das gefängnis sechs diamanten gibts hier dann mal ok 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 und ich auch nicht wo bist denn bei dir Hä? Ich habe keinen Plan, was wir machen sollen. Auch nicht. Warte. Muss doch irgendein... Irgendwas muss doch hier sein. Ich will das zuerst finden. Was auch immer es ist. Oder muss man hier springen irgendwo? Hier. Hallo, hallo. Nee, auch nicht. Komisch. Hä? Hä? Okay, also... Okay, da erinnert sich so nichts. Okay, das ist... Hä? Ich bin verwirrt. Hör du. Hier muss es doch Tipps geben. Wir dürfen nichts abbauen, ne? Nee. Ich habe auch schon überlegt, ob wir irgendwo einen Schalter hinsetzen müssen. Aber da stand nichts, dass wir es dürfen, oder? Ich gucke nochmal draußen. Sechs Diamanten in das Gefängnis. Nee, hier steht nichts. Zelle 1, Zelle 2, Zelle 3, Zelle 4. Irgendwas mit dem Villagern vielleicht? Auch schon geguckt, aber... Nee. Ich töte die gleich alle. Hm. Hm. Machen die die ganze Zeit. Du hast was gemacht? Ja, frag mich mal was. Was war das? Keine Ahnung, ich habe es bei dir aber gehört. Okay, ich habe es auch gefunden. Danke. Mann. Genau das. Ich habe die Falltür nicht gesehen. Ich habe es bei dir gehört. Ich danke dir. Mann, das ist so gemein. Sand und Bolle dürfen abgebaut werden. Ich habe meine Schippe nicht mehr. Du deine? Nee, die ist weg. Okay. Dann auf die Plätze, Fendi, los. Drauf da, drauf, 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 da. So. Schwupp. Okay. Scheiße. Wie läuft es bei dir? Äh, weiß ich noch nicht. Ich habe mich gerade verfranst. Das finde ich natürlich gut. So, mal gucken. Äh, da lang. Final Fantasy Sound. Ich habe alle. Oh, fast durch. Jetzt bin ich da. Mein Held. Ich habe Lila Wolle. Nein, du siehst mich nicht. Fünf Diamanten. Da steht nichts zu. Du siehst mich nicht. Komm mal zum Keks. Wir müssen hier schon wieder Ende machen. Wir haben viel zu lange gespielt. Ja, stell dich drauf. Nein, hier zum Keks. Wir müssen Ende machen. Es tut mir leid. Ist er so weit? Ja, ist schon wieder so weit. Das ist so, die Zeit verfliegt. Guck mal, was ich habe. Hier gar nichts. Ja, Mann. Hier, warte. Äh. Äh. Alter. So. Ja, dann. Ja, okay, das war's. Wir sind bei 30 angekommen. Gerade mal zur Hälfte geschafft. Genau. 30 von 60. Also das Nächste ist das 30ste. Dann haben wir erst die Hälfte geschafft. Gut. Okay. Das war's für heute. Weiter geht's morgen. Und ich würde sagen, bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao.